hey yo was geht hier ist euer rapmaring und wir zeigen euch wieder eine chillige mission die könnt ihr euch in einer video beschreibung diesen download link den könnt ihr euch da raussuchen und dann das ganze dann auch gamen ja ich habe schon die mission hier gestartet das ganze sehr kurzfristig waren sehr knapp das war ein ganz kurzes video nur die ist ganz chillig diese mission dann ihr habt eine mega geile rampe erstmal müsst ihr euch jetzt mal hier vorne eben platz schaffen da stehen dann fahrzeuge davor müssen wegfahren oder ihr benötigt auch diese fahrzeuge sind aber so große naja und dann stehen hier schon die ganzen motorräder bereit ihr seht auch schon die mega geile rampe hat wieder ein großer youtuber gemacht also ja auf jeden fall mega geil gönnt es euch macht auf jeden fall spaß ps wir haben ja noch die das mit der gemoddeten accounts die aktion und deswegen guck da geht ja auch ne glitsch rein also leute macht gut haut rein